Musik Weißt du, warum man Babys nach der Geburt einen Klapps auf den Hintern gibt? Keine Ahnung. Den Intelligenten fährt der Schniedel ab. Kampiere ich nicht. Ja, siehste. Achtung! Ach du Scheiße. Raus, komm! Hopp, 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 hopp! Ventil! Zentrale, Maike Schüttkuss. Packen Sie, Mädel, Überfallversuch! Die Polizei ist zu Ihnen unterwegs und es kommt Verstärkung vom Landeskriminalamt. Verstanden. Rauschen! Mach dir keine Sorgen, der kann uns gar nichts. Siehste? Ach du Scheiße. Die Polizei ist zu Ihnen. Eigensicherung. Policai! Alles klar. Sicher mich. Schneid uns los, Mann. Sind Sie verletzt? Nein. Seit wann sind die verschwunden? Weiß nicht. Zehn Minuten. Die waren zu zweit. Die sind im Wald verschwunden. Scheiße! Scheiße! Was ist so ein Mist? Das ist total bescheuert deine Idee mit den Fahrrädern. Soll ich jetzt weiterfahren oder soll ich den Taxi rufen? Scheiße! Wir! Konnten Sie die Marke erkennen? Nein. Wenn einer mit der Panzerfrau auf mich zielt, dann gucke ich nicht nach der Marke. Die beiden haben wir gefunden. Herr Schanz! Guten Abend, Frau Böhm. Guten Abend, Herr Schanz. Hat die Staatsanwaltschaft die Spurensicherung geschickt? Ja, das wollten wir, aber da war jemand schneller. LKA? Die schicken jemanden. Das ist auch gut. Ich habe sowieso eine Fahrraddiebstahlserie zu lösen. Dunkel flog. Die sind die Spurensicherung. Alles? Alles. Gut. Guten Abend, Schanz. Landeskriminalamt. Ich übernehme die Ermittlungen. Böhm, Staatsanwaltschaft. Der Fall gehört dem LKA. Ihn Name ist Schanz? Ja. Und der Polizeikommissar hier heißt genauso, ist ein Zufall. Das ist meine Tochter, die war zu eng hier in Eschbach. Deswegen ist sie nach Düsseldorf gegangen und hat Karriere gemacht. Ja. Also im Sinne der Ermittlungen möchte ich Sie beide um eine enge Kooperation bitten. Das auch in meinem Sinne. Frau Schanzkenner wird Sie versuchen, den Fall von Ihrem Büro in Düsseldorf aus zu lösen und nicht hier. In der Einöde. Ich bleib vor Ort. Ist eine Ringfahndung eingeleitet worden? Hast du doch längst eingeleitet, Luna. Kam über Funk. Was soll die Frage? Ich wollte nicht, dass es zwei Ringfahndungen gibt. Na dann. Schönen Abend noch, Frau Böhm. Vielleicht gelingt es Ihnen ja, die privaten Gefühle außen vor zu lassen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Guten Abend. Guten Abend. Tim Wenning aus Eschbach. Sie sind vom LKA? Lona Schanz. Lona Schanz? Habe ich das richtig verstanden? Ich weiß nicht. Ich meine, wir kennen uns. Tim Wenning. Ja, natürlich. Du und deine Schwester hat gegenüber gewohnt. Ha. Mensch, und du bist jetzt Polizist geworden, ja? Ja, und du bist jetzt Kommissarin? Ja. So richtig? Ja, so richtig. Ja, so richtig. Ja, und was machst du jetzt hier? Ich leite die Ermittlungen. Jäусchen, nicht nur. Ja. Du bist jetzt. Du bist jetzt. Du bist jetzt. Ja. Du bist jetzt. Ja, du bist jetzt. Hallo, Papa. Gehst du noch weg? Ja, vielleicht. Gibt's Fisch? Oder Bandnudeln mit Steinpilzen? Hat keiner angebissen, war wie verhext. Johann hat auch nichts gefangen. Gibst du, du bist ganz verrückt nach meinen Steinpilzen? Nein, ich bin verrückt nach dir. Ja, ich bin jetzt mit den Berichten der beiden Fahrer fertig. Soll ich sie dir vorbeibringen? Ja, aber du hast doch längst Dienstschluss. Ich bin halt ein Streber. Ich werde dich sofort befordern. Hier in der Viertelstunde bei Zehender? Alles klar, bis gleich. Gut, bis gleich. Alle Achtung. Hallo, Luna. Abend, Frau Zehender. Na, willst du schnell noch was essen, bevor man mal die Küche zumacht? Oh ja, das wäre klasse. Aber Fischstäbchen haben wir schon lange nicht mehr, Schätzchen. Ach, das ist aber schade. Der Südafrika-See, das haben sie aber noch. Das kannst du kriegen. Super. Und einen Pilz? Geht klar. Danke. Schon abgebrüht? Die haben wahrscheinlich die Bäume gefehlt Die sollen ja ziemlich schwer bewaffnet gewesen sein Naja, aber So ein Wagen ist doch gepanzert Was für Weicheier saßen denn da drin? 75.000 Das ist nicht gerade viel War sonst noch was am Transporter? Nix, alles mitgenommen, kein einziger Geldschein Normalerweise liegt auf der Route noch ein Einkaufszentrum In der Nacht hat sich aber die Gewerkschaft für einen Streik ausgesprochen Sonst hätten sich im Transporter gut 800.000 befunden Tim, grüße dich Klaus Lohmann, Klaus Schanz Ja, Lohmann, also Frau Schanz ist hier auch aufgewachsen Ach, aufregende Kindheit gehabt, ja? Ja, kann man so sagen Ja, äh, Frau Schanz ist vom Landeskriminalamt Sie ist für die Ermittlungen des Geldtransportüberfalls abgestellt Ah, hab schon gehört Hat es sich wenigstens gelohnt 75.000 Das wissen wir noch nicht so genau Viel Erfolg Danke Runde Muss man den kennen? Hey, das ist neu in Eschbach Hat sich aber ein edles Häuschen gemietet Hinten bei den Kösters Woher kennst du den? Freiwillige Feuerwehr Ah ja Der Gute hatte Kontakto für Männer Der Herr Lohmann hat eine Runde spendiert Ach Prost Prost Morgen, Papa Was willst du hier? Dich abholen Ich kenn den Weg zum Revier Den geh ich seit 20 Jahren schon vergessen Ich möchte ein paar Sachen klarstellen So Was für Sachen? Dienstliche? Private? Ich fürchte, für private Dinge ist es manchmal zu spät Ist das so? Wenn man zu lange wartet Wenn man zu lange wartet, findet man nur alte, verbitterte Menschen vor Papa, dieser Pfeil hat uns jetzt zusammengebracht Und ich finde, wir sollten uns nicht gegenseitig das Leben schwer machen Noch was? Nein Dann ist ja gut Morgen, Frau Müller Ist die Katze wieder aufgetaucht? Morgen, Tim Morgen Äh, Kaffee? Ja, gerne Mit Milch, bitte Hier Den Tisch hab ich dir freigeräumt Dankeschön Ich hab die Protokolle gelesen Gute Arbeit Und hast du schon was in Richtung finanzieller Hintergrund der beiden Fahrer unternommen? Schon geschehen Liegt auf deinem Schreibtisch Ist unauffällig Sehe ich aus so Hier Danke Wie ist es so beim LKA? Hier in Eschbach geht's um gestohlene Fahrräder Und dort um gestohlene Autos So in etwa Vielleicht bemühe ich mich auch um eine Versetzung nach Düsseldorf Morgen, Tim Morgen Kann ich mal den Kaffee haben? Klar Meinst du nicht, dass sich die Ermittlungen mit all den Möglichkeiten, die sich in Düsseldorf für eine Strafverfolgung ergeben Nicht viel besser von dort leiten lassen? Ich halte es für sinnvoll, von hier aus zu ermitteln Weil ich die Täter hier vermute Hier? Der Überfall fand in zehn Kilometer Entfernung statt Die Täter sind mit Fahrrädern geflohen Die sind im Wald abgetaucht Das bedeutet, sie haben Ortskenntnisse Und deswegen vermute ich, dass sie hier leben Oder zumindest eine Zeit lang hier verbracht haben Wir haben mit der Hundestaffel Fahrradspuren gefunden, das ist richtig Das bedeutet aber noch lange nicht, dass die beiden Täter sich mit Fahrrädern abgesetzt haben Man kann es auf den Überwachungsmitschnitten sehen Vier Kameras haben das dokumentiert Wir haben die komplette Umgebung aufgenommen Ich habe sie alle über Nacht kopieren lassen Gut, sie haben sich mit Fahrrädern abgesetzt Aber vielleicht haben sie ihren Wagen ja hinter dem Fluss geparkt An dem die Hunde ihre Spur verloren haben Sie laden die Fahrräder ein Und verschwinden einfach Das haben sie definitiv nicht getan Die Regenverhandlung Alle umliegenden Verbindungsstraßen wurden kontrolliert Und zwar jedes Fahrzeug Keine Räder, kein Geld, kein Sturmgewehr Keine Panzerfaust Und das bedeutet, dass die Täter sich nach dem Überfall gar nicht weit weg bewegen mussten Weil sie hier in der Gegend wohnen Wo gehst du hin? Die 9.30 Uhr Routinefahrt steht an Nein, nein, schon gut, Tim Ich komme gut alleine klar Du kannst ja Kommissarin Schanz unterstützen Dann kannst du schon mal sehen, wie sowas beim LKA gemacht wird Hier sind die Vergrößerungen aus den Mitschnitten Sowohl das Sturmgewehr als auch die Panzerfaust wirken nicht besonders modern Kannst du das mit einem Waffenexperten checken? Klar Na, Frau Wenning Holz gemacht Ist Martin da? In der Werkstatt Mach die Tür zu Na, wie heißt denn das Zauberwörtchen? Lass den Scheiß und mach die Tür zu Steigst du jetzt auf Kleinwagen um? Das ist ein Geburtstagsgeschenk für meine Tochter Farbe passt zu ihren Augen Lass mir zu Ja, was will ich wohl hier? Na komm, geh mit dem Geld Immer schön langsam Wir haben es versteckt, es ist nicht hier, wir müssen es erst holen Na gut, hol es her Weißt du, was draußen los ist? Sicher, die suchen euch Eben Und deshalb warten wir noch ein oder zwei Tage und holen es dann Ah, nein, 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 mein Freund Da wird ein Porsche bestellt Wie soll ich denn die sonst bezahlen? Das ist nicht mein Problem, das Polizeirevier Heschbach-Wenning Ja, hallo Tim Klaus Lohmann hier Wie er zuversucht will, stehe ich hier gerade bei deinem Vater Aha Und wir sind uns aber was uneinig Und da dachte ich, du könntest uns vielleicht helfen Als Polizist meine ich Ich versuch's Es geht um Verbrechen Wenn man in einer 30er-Zone geblitzt wird Wie viel beträgt dann die Toleranz? 10% Naja, das dachte ich mir Du hast uns sehr geholfen Danke Tschüss Gerne Wiederhören 75.000 hab ich gehört Woher hast du das? Das musst du nicht wissen Jedenfalls dabei kann's nicht bleiben Ihr müsst euch irgendwas einfallen lassen Sparbücher plündern oder was weiß ich Ich hab nichts Erspartes Alles was Jochen und ich hatten Das haben wir dir längst gegeben Du musst Haus abzahlen Die Familie durchbringen Das kostet Kinder, Familie, ein Eigenheim Ja Das hätt ich auch alles gern gehabt Hast du nachher einmal gedacht? Julia Was ist mit ihr? Ihr habt doch keine Ahnung, wer du eigentlich bist, oder? Hallo Rebecca Hallo, Herr Lohmann Ist dir nicht kalt? Doch, aber ich finde, es sieht gut aus Oder lieg ich da falsch? Aber überhaupt nicht Sübsch Gut Wir hätten dann ja auch alles besprochen Ja Na ja, eigentlich schon Herr Lohmann Im Dorf erzählt man sich Sie wollen die Pferdekoppel pachten Ja Das ist ein alter Traum von mir Ein Pferd Hättest du nicht mal Lust Bei mir zum Reiten vorbeizukommen? Ich hab mich ja nicht getraut zu fragen Aber wenn Sie es mir so anbieten Ich glaube, Herr Lohmann Hat wirklich Besseres zu tun Als dich bei ihm reiten zu lassen Hört nichts dagegen Ist ja nichts dabei Aber ich Ich rufe dich an Warte doch mal kurz Hättest du nicht Lust, die Pferde mit auszusuchen? Nee Was schließt du aus deiner Haltung? Er kann mit Gewehren umgehen Vielleicht militärische Ausbildung? Ist möglich Er fängt den Rückstoß auch gut auf Ich meine aber was anderes Zieh mal genau hin, wo er die Waffe schultert Er ist nix hin, ne? Wenn er uns nicht bewusst täuschen will, ist er das Hast du was über die Waffen? Also laut Waffenexperte stammen die aus alten NVA-Beständen Aber die wurden nach der Wende massenweise verhölkert Der ist keine 20 mehr Garantiert über 30, wenn nicht sogar über 40 Der ganze Überfall hat acht Minuten gedauert Das ist ziemlich lange Sie haben Ruhe bewahrt Also wenn du mich fragst Das machen die nicht zum ersten Mal Was wollte der von dir? Nichts Halt mich nicht für blöd Ich rede mit dir Du tust mir weh Halt dich von ihm fern Ich lass mir von denen Ist mir scheißegal! Du triffst diesen Mann nicht Du kannst mir nicht alles vorschreiben Ich gehör dir nämlich nicht Meine Tochter spaziert nicht wie ne läufige Hündin durch die Gegend Du bist echt krank Was bin ich? Was? Du bist krank Oh Gott Schlapp mich doch Brügel mich doch auch ins Krankenhaus! Was ist hier los? Siehst du doch Ich hab mit Herrn Lohmann gesprochen Dieser Mann ist ein Blender Und ich verbiete dir, dich mit ihm zu treffen Ich hab schon mit ihm geschlafen Was? Was? Ist es wahr? Natürlich nicht Gar nicht so dumm mit Fahrrädern zu flüchten Die Spuren führen eindeutig hierher Und hier sind sie dann durchs Wasser Da hatten die Hünder natürlich keine Chance mehr Darf ich dich was fragen? Na klar Was ist das eigentlich zwischen Rolf und dir? Hast du ihn das mal gefragt? Er ist nicht drauf eingegangen Ja, aber Du bist ja nicht wie dein Vater Meine Mutter wurde krank damals Krebs Ja, ja Ich weiß Es gab da eine Art neue Behandlungsmethode in Salt Lake City Und die Methode war hier nicht anerkannt Also hat die deutsche Krankenversicherung die Kosten dafür nicht übernommen Und die Prognosen für meine Mutter waren ohnehin sehr schlecht Also hat mein Vater alles versilbert, was er hatte, damit meine Mutter dort therapiert werden konnte Sie ist damals aber nicht gestorben Sie hat sich scheinen lassen, oder? Meine Mutter hat während der Therapie einen Mann kennengelernt Auch ein hoffnungsloser Fall Die beiden wurden ein Paar Und ich habe mich dann entschieden, mit meiner Mutter zu gehen Gut, und was hat das jetzt mit dir zu tun? Mein Vater war wegen der Trennung am Boden zerstört In seinen Augen hat er alles getan, um meiner Mutter ein neues Leben zu schenken Und dieses neue Leben lebt es jetzt mit einem anderen Und dann kam noch meine Entscheidung dazu Das wird er wohl wie doppelten Verrat empfunden haben Hast du ihn denn nie besucht? Das wollte er nicht Er hat auch meine Briefe nicht beantwortet Das ist die ganze Geschichte Und du? Du lebst nicht mehr bei deinen Eltern? Nee Zwei Männer unter einem Dach, das kann nicht gut gehen Ich gehe zum Frühstück oder mal am Wochenende vorbei Und Rebecca? Keine Ahnung Ich denke, wenn sie 18 ist, hält sie da auch nicht mehr viel Ich gehe zum Frühstück und die Fahrt Hallo. Hallo. Was wollte der Lohmann denn? Nichts weiter. Von draußen sah es aber nicht nach nichts weiter aus. Tja, so kann man sich eh daran. Es ging um die Laternenbeleuchtung vor seinem Haus. Ich habe ihm gesagt, dass es im Moment Wichtigeres als Laternen gibt. Laternenbeleuchtung. Ja. Er kommt echt immer wegen der Beleuchtung. Tim und ich haben ein paar Erkenntnisse über die Täter zusammengestellt. Großartig. Das musst du mir gleich morgen früh erzählen. Jetzt habe ich Dienstschluss. Stimmt. Tschüss. Bis morgen. Bis morgen. Der will natürlich mehr als die 75.000. Ich habe nichts auf der hohen Kante. Ich muss das Haus abzahlen. Und du? Na ja. Ich kriege ja nicht mal das Gebäude verkauft. Wer garantiert uns eigentlich, dass Klaus irgendwann wirklich Ruhe gibt? Was meinst du damit? Er. Wir müssen mit ihm reden. Was reden? Wie haben wir geredet? Der will sich nur auf die Bibel schwören lassen. Ja, du bist vielleicht ein Komiker. Wenn wir beide eingebuchtet werden, hat er gar nichts davon. Das sollten wir ihm mal klar machen. Wir können auch Forderungen stellen. Zum Beispiel, dass er seine Zeltiheer in Ersprach abbricht. Zum Beispiel, dass er seine Zeltiheer in Ersprach ist. Hier ist der Anschluss von Ulf Schanz. Nachrichten bitte nach dem Sieg... Wer ist da? Tim. Lohmann ist tot. Wie ist da? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wie soll er denn noch was sagen können? Hat man deren Aussage schon aufgenommen? Ja Geht's? Pass auf Ich möchte, dass Klaus Lohmann Papier und Stift an seinem Bett bekommt Und falls er je wieder aufwachen sollte, will ich die Erste sein, die davon erfährt Und die Kugel muss ballistisch untersucht werden Ja Hat der Feinde im Ort? Ich hab Dienstschlüsse Das hast du nicht Willst du mir Befehle erteilen? Ja Es sieht nicht so aus, als ob hier irgendjemand auf dich hören würde Brauchen Sie uns noch? Was? Nein, danke, Sie, Sie können nach Hause gehen Danke fürs Bringen Hat der Feinde? Lohmann Lohmann Nee, nee Der ist überall beliebt Bis morgen Ja, da geht's gut Ja, da geht's gut Joach Ja, da geht's ditch Untertitelung. BR 2018 Du bist der Zimmer im Gasthof. Ich kann dich fahren, wenn du willst. Nein. Ich möchte, dass du mich nicht einfach so stehen lässt. Du ziehst jetzt deine Uniform an und kommst mit mir mit. Wir machen eine Hausdurchsuchung bei Klaus Lohmann. Ich habe Dienstschluss und ich werde den Teufel tun. Mit Papa! Wollen wir dieses alberne Spiel wirklich fortsetzen? Dann zieh dich an. Wollen wir das? Was ist denn da jetzt drin? Das ist mein Hobbyraum. Das war immer mein Zimmer. Ja, war. 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 Ich weiß jetzt, warum es Klaus Lohmann ausgerechnet hierher nach Eschbach verschlagen hat. Er wollte seinen Anteil der Beute. Was für ein Anteil? Den von den Banküberfall von vor zwölf Jahren. Woher weißt du davon? Lohmanns Vermieter hat mich angesprochen wegen der Schufa-Auskunft. Aber Lohmann hat bar bezahlt, also warum sollte ich dem Mann Probleme machen? Seine Strafe abgesessen. Jeder von uns hat doch in der Vergangenheit schon Fehler gemacht, oder? Das stimmt. Der Unterschied ist nur, ob man was draus gelernt hat, oder nicht. Schön. Gibt es sonst noch irgendetwas über Klaus Lohmann, was du uns verschweigst? Nein. Ich habe folgende These. Vor zwölf Jahren haben drei Männer gemeinsam eine Bank überfallen. Einer von ihnen wird gefasst. Alle strafmildernden Zugeständnisse, etwa Aussagen über seine Mittäter, lehnt der Mann kategorisch ab. Und dafür verbüßt er die volle Strafe. Elf Jahre. Er wird entlassen, hat keinen Cent auf der Naht, aber ihm steht ein Drittel der Beute zu. Und jetzt nimmt er sich das Recht, sein Geld einzufordern. Er geht hin. Die Leute geben ihm das Geld. Und er lässt sich nieder, irgendwo, zum Beispiel hier. Das würde auch erklären, wie er die Kaution aufs Haus in Bar leisten konnte. Die beiden Mittäter haben das Geld nicht zwölf Jahre lang gehortet. Die haben alles ausgegeben, die haben investiert. Und sie wohnen hier in Eschwach. Ziemlich gewagte Schlussfolgerung. Klaus Lohmann ist zu Recht verärgert. Und er besteht auf seinen Anteil. Denn das Problem für die beiden Mittäter ist ja folgendes. Der Lohmann hat seine Strafe schon verbüßt. Der hat rein gar nichts mehr zu verlieren. Sie aber nicht. Sie haben für ihre Tat noch nicht eingesessen. Ja, die haben sich hier als brave Bürger und Steuerzahler etabliert. Und ein Wort von Lohmann an die Polizei und ihr ganzer Lebensentwurf wäre gescheitert. Interessante Theorie. Aber die Sache hat auch eine Kehrseite. Wenn der Lohmann sie verpfeift, bekommt er vielleicht seine Genugtuung, aber nicht das Geld. Also bleibt nur eins, die beiden Mittäter müssen seinen Anteil neu beschaffen. Und genau das tun sie mit dem Überfall auf den Geldtransporter. Du meinst die beiden Fälle? Der Geldtransporter und diese Bank von früher? Die hängen miteinander zusammen? Ja, das ist der Dreh- und Angelpunkt. Und genau das würde auch Klaus Lohmanns Verletzung erklären. Da wollte sich jemand nicht mehr erpressbar machen. Gibt's schon die ballistische Auswertung? Nee, ich warte noch drauf. Hast du's? Nee. Du? Nee. Warum auch? Bei wem dann ein für alle mal los werden? Zum Beispiel? Du hast mich doch bei ihm wegfahren sehen. Aber davon nur abgesehen, ich will ihm keine Träne nach. Ich auch nicht. Ich weiß, man darf's soweit gar nicht sagen. Ich wär dir dankbar. Ja, es geht mir nicht anders. Es sei denn, du bist inzwischen 75.000 Euro schwerer und ich nicht. Rolf war schon bei dir, ne? Nee. Hat uns 24 Stunden Zeit gegeben, hier zu verschwinden. Oder einer von uns beiden gibt zu, dass er es war. Stellt sich der Polizei. Wenn nicht, was dann? Dann packt er aus, sagt er. Lona Schanz, Landeskriminalamt. Wir haben telefoniert. Guten Tag, sehr gefugt. Wann werden Sie Klaus Lohmann aus dem Koma holen? Sobald es seinen Zustand erlaubt. Morgen, in einem Monat, in drei Jahren. Wir können das nicht prognostizieren. Das Projektil hat Herrn Lohmann am Unterkiefer getroffen, sich dort diffamiert und ist dann bis ins Hirn vorgedrungen. Wenn überhaupt, dann wird er noch etliche plastische Operationen brauchen, um wieder einigermaßen reden zu können. Danke. Tut mir leid. Wie geht's ihm? Unverändert. Ach, hier. Für dich. Von einem Herr Bennert aus Köln? Wollte ich unbedingt sehen. Hat einen Mordswind gemacht. Ich bin kurz auf Klo. Ich bin kurz auf Klo. Klaus Lohmann saß vor elf Jahren gerade mal vier Wochen in der JVA Außendorf ein. Und da hast du ihm einen Besuch abgestattet. Und mir erzählst du, du weißt nicht, woher der Mann kommt. Ja, ich hab ihn damals besucht. Ja, ich hab ihn damals besucht. Es gab einen Waffenhändler hier in der Gegend. Ich wollte wissen, ob Lohmann etwas von ihm bezogen hat. Das spielt aber für deinen Fall keine Rolle. Ich habe dich zweimal gefragt. Du hast mich zweimal belogen. Und deshalb... Ich habe dich gelogen. Ich habe nur Unwichtiges weggelassen. Deshalb frage ich dich jetzt ein letztes Mal. Gibt es noch etwas, was du über Klaus Lohmann weißt? Nein. Nichts, was ich der Frau Kriminalhauptkommissarin dazu noch sagen könnte. Und etwas, was du deiner Tochter dazu sagen könntest. Ich habe keine Tochter mehr. Ich hatte damals eine sehr schwere Zeit. Nun war das die Wahl. Der ist bei mir bleiben können. Mama war sehr krank. Hätte ich sie vielleicht alleine lassen sollen mit dem Neuen. Mehr hast du dazu nicht zu sagen? Nein. Ich habe dir so viele Briefe geschrieben. Und du hast mir nicht einmal geantwortet. Und besuchen durfte ich dich auch nicht. Das ist... Das ist so traurig, was du da gesagt hast. Und es ist ja nicht so, dass ich mich von euch getrennt hätte, Papa. Du und Mama, ihr beide habt euch getrennt. Nein, nein, so war das nicht. Ich habe alles verkauft. Ich habe alles flüssig gemacht. Um Britta die Operation und die Therapie bezahlen zu können. Und dann ist deine Mutter gesund geworden. Und hat mich verlassen. Und du bist mit ihr gegangen. Du siehst aus wie sie. Du bist Britta wie aus dem Gesicht geschnitten. Immer wenn du mich besucht hast, hat mich auch deine Mutter besucht. Hat mich die Vergangenheit besucht. Ich konnte das nicht länger ertragen. Mama... Mama ist tot. Aber ich nicht. Wir haben jetzt nur noch uns beide. Und wenn in deinem Leben kein Platz für mich ist, dann muss ich damit leben. Aber du auch. Hast du die nachträgliche Ortung von Handygesprächen angeordnet? Ja. Bei dem Ermittlungsstrang möchte ich mich raushalten. Als letztes hat er mit meinem Vater gesprochen. Das hat doch überhaupt nichts zu sagen. Guten Tag Frau Wenning. Lohne, ja. Jetzt erkenne ich dich. Tag, Tag. Mensch, du siehst deiner Mutter ähnlich. Ja. Ich möchte gern mit ihrem Mann sprechen. Der ist in seiner Werkstatt. Bring dich hin. Wieder außenrum. Erinnerst du dich an Lohna? Britas und Rolfs Tochter? Hallo Herr Wenning. Ja, natürlich. Lohna. Ich möchte gern auf dem Revier mit Ihnen sprechen. Ach ja? Und worüber? Klaus Lohmann. Ich frage eine Menge Leute in Eschbach. Es ist nur so, dass Klaus Lohmann sein letztes Handy-Telefonat mit Ihnen geführt hat. Ja, er war hier. Er wollte meinen Mann meinen Rat fragen. Ja. So in zwei Stunden passt Ihnen das? Ich kann Sie auch gleich begleiten. Das geht leider nicht. Ich erwarte Herrn Hofmann in... ... zehn Minuten. Ihr Fahrrad? Ja. Neun Mantel aufgezogen. Ja. Sollte ja sicher zugehen im Straßenverkehr. Natürlich. Bis später dann. Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Wenning. Tschüss. Wiedersehen. Sie sind nicht vorbestraft? Nee. Sie haben hier in Eschbach gewohnt und waren bis vor zehn Jahren Angestellter. Abteilungsleiter. Abteilungsleiter. Abteilungsleiter einer Supermarktkette. Dann haben Sie das Bürogebäude in der Blücherstraße erworben und haben einen Verlag gegründet. Aber jetzt mussten Sie Insolvenz anmelden. Das stimmt, ja. Das ist richtig. Laut meinen Unterlagen haben Sie damals das Gebäude für 600.000 D-Mark erworben und es bar bezahlt. Ja. Woher stammte das Geld? Erspartes. Und ein großer Gewinn im Spielcasino. Warten. Roulette. Roulette. Hm. Kann das jemand bezeugen? Ja klar. Martin. Martin Wenning kann das. Weil wir den Gewinn geteilt haben. Zur Zeit des Überfalls auf den Geldtransporter. Wo waren Sie denn da? Wann waren das genau, bitte? Am Dienstag, 17.10 Uhr. Dienstag? Ach ja, da war ich angeln. Zusammen mit Herrn Hofmann nehme ich an. So ist es. Laut Vorstrafenregister sind Sie wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe und einer Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden. Wir sind damals die Sicherung durchgebrannt. Das war dumm. Körperverletzung zum Nachteil von? Zum Nachteil von Tim Wenning. Sie haben Ihren eigenen Sohn verprügelt? Ja. Darauf bin ich nicht stolz. Worum ging es da? Um Respekt. Eine ganz normale Vater-Sohn-Geschichte. Er hat eine Ohrfeige gefangen und dann zurückgeschlagen und dann bin ich ausgerastet. Ich habe ihn aber gleich ins Krankenhaus gefahren. Sie haben ihn so schwer geschlagen, dass er in einem Krankenhaus behandelt werden musste? Es war Wochenende. Wir mussten eben ins Krankenhaus. Wie lange kennen Sie Klaus Lohmann schon? Seit ein paar Wochen seit er hier in Erschbach wohnt, würde ich mal sagen. Nicht von früher. Nee. Die meisten Telefonate führte Herr Lohmann mit Ihnen und mit Herrn Hofmann. Ja. Schon möglich. Es ist also nicht so, dass Sie zusammen mit Klaus Lohmann und Jochen Hofmann am 24. September 1996 in der Stadtsparkasse Köln-Ehrenfeld 1,4 Millionen Euro erbeutet haben, wobei zwei Schüsse auf den Zivilbeamten Jürgen Bennert abgefeuert wurden. Nein, was? Was soll das mit diesem Banküberfall? Weswegen sitze ich hier eigentlich? Sie sitzen hier, weil ich Sie befrage, Herr Wenning. Es ist auch nicht so, dass Klaus Lohmann nach elf Jahren hier in Erschbach wieder auftaucht und von Ihnen und Herrn Hofmann seinen Anteil der Beute verlangte. Nein. Und es war auch nicht so, dass Sie beide nicht in der Lage waren, Lohmann auszuzahlen und er Sie zu einem Überfall nötigte, um seinen Anteil neu zu beschaffen und deshalb der Überfall auf den Geldtransport... Nein! Muss ich mir diesen Blödelinger anhören! Ich fürchte ja. Nichts von dem es war. Unterschreiben Sie bitte da unten, dass ich Sie über Ihre Rechte und Pflichten aufgeklärt habe. Das hat alles seine Richtigkeit. Sind Sie rechts- oder linkshänder, Herr Wenning? Rechtshänder, wieso? Ach, wurde Lohmann mit links ermordet? Er wurde doch gar nicht ermordet. Ja, natürlich. Kann ich jetzt gehen? Ja. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Herr Wenning! Danke für die Kooperation. Ich brauche ein bisschen frische Luft. Was ist dagegen? Nein, nein. Geh ruhig. Wie lief's? Du bist befangen, Tim. Unsere Freter kennen Sie schon seit Ewigkeiten, richtig? Ja. Und Jochen Hofmann war auch immer mit von der Partie. Mein Vater hat beim Überfall auf den Transporter keine Ringfahndung eingeleitet. Ich aber auch nicht. Der Notruf, den die Sicherheitsformer aus Köln weitergeleitet hat, wo hat er euch erreicht? Hier im Revier. Um die Uhrzeit hättet ihr längst auf Routinefahrt sein müssen. Rolf ging's an dem Tag nicht so gut. Irgendwas mit dem Magen. Hat die Fahrt abgesagt. Rolf ging's an dem Tag nicht so gut. Hallo, Herr Schanz. Hallo. Hast du kurz Zeit? Danke. Was ist passiert? Ich halt's zu Hause nicht mehr aus. Du bist bald volljährig. Bald. Das dauert noch ein halbes Jahr. Am liebsten würde ich gleich zu dir ziehen. Das haben wir doch schon oft besprochen. Er würde ausrasten. In einer Stunde. Im Gasthof. Okay? Okay. Das hat niemals gereicht. Das hat niemals gereicht. Was habt ihr noch zu suchen? Ihr solltet längst weg sein. Ich will aber nicht weg. Ich habe jetzt einen Interessenten für das Haus gefunden. Ah, hat der Firma 75.000 als Anzahlung geleistet. Was soll denn das, Rolf? Du hast so einen Schuss. Ich habe mir hier jahrelang alles aufgebaut. Ich habe Familie. Eigentlich wäre ja alles in Butter, aber erst taucht Lohmann hier auf und jetzt noch deine Tochter. Wir wollen, dass du, Lohna, dass du die an die Leine nimmst. Was ist so komisch? Komisch ist eigentlich gar nichts. Lohna leitet die Ermittlungen. Meinte, ich kann dir das jetzt einfach verbieten. Du kannst doch die Nachforschung in andere Bahnen lenken. Von uns weg. Warum sollte ich? Für den Überfall auf den Transporter gibt es keine Beweise, die euch belasten. Bleibt nur der Mordversuch an Klaus. Ihr habt ja beide gesagt, dass es keiner von euch war. Es ist doch so, oder? Ja, Chance? Silke Vogt. Ich bin die Ärztin, die Herrn Lohmann betreut. Ah ja. Und haben Sie ihn aus dem Kummer geguckt? Nein. Herr Lohmann ist vor zehn Minuten verstorben. Das heißt, er ist hirntot. Sind Sie noch dran? Ja, ja, ich, ähm, das kam jetzt etwas unerwartet. Hirntot, bedeutet das, er ist noch an all die lebenserhaltenden Geräte angeschlossen? Das ist richtig. Gut, dann lassen Sie ihn an den Geräten, bitte. Und behalten Sie seinen Zustand für sich. Aber ich kann doch... Ich komme ins Krankenhaus, ich erkläre es Ihnen. Bis nachher. Blüdern, Landeskriminalamt. Lohner Schanz, Herr Blüdern, ich brauche zwei Mann Verstärkung, bitte. Warten Sie kurz. Ich bleibe dran. Eines muss mal klar sein. Wenn es für uns hier den Bach runter geht, dann werden wir zu dritt sein. Tag. Der Zustand von Klaus Lohmann ist so stabil, dass er heute noch aus dem künstlichen Koma geholt wird. Mit etwas Glück ist er am Abend schon vernehmungsfähig. Erfreulich. Tja, ich muss dann. Ja, ich muss auch. Tschüss. Wo kann ich Tim finden? Wenn er nicht zu Hause ist, dann hockt er meistens im Gasthof. Na, Luna? Ist Tim hier irgendwo? Vielleicht hinten im Saal? Danke. Na, das wird gut. Na, das wird gut. Oh. Hallo. Hallo. Ähm. Bis später. Es tut mir leid. Ich weiß, du hast jetzt Dienstschluss. Aber ich muss dich bitten, dich ab sofort auf dem Revier bereitzuhalten. Ja, klar. Danke. Und jetzt? Wir haben nicht so den Plan. Können Sie am Knastenplan ausdenken. Applaus wieder auspacken. Weißt du was Besseres? Na komm. Wir lassen uns aus squirrelsflugm expenditure. Wenn ich mich so... Mhm. Und wenn denn ich noch fahren. Gut, die Station ist geräumt. Sie können sich gar nicht vorstellen, was sind sie für Umstände machen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Enke? Ja, Schanz. Ich sitze hier wie auf Kohlen. Wer immer hier in der nächsten halben Stunde auftaucht, ist der Täter. Wann kann ich mit Ihnen rechnen, Herr Enke? Nicht nervös werden, Frau Schanz. In fünf Minuten halten wir Händchen. Wichser. Vielleicht sollte sie ein W in ihren Nachnamen unterbringen, das Fräulein Schanz. Mach den mal dran. Hey, halt bitte an. Hey, ist ja gut. Ist doch kompletter Wahnsinn. Nein. Wir sind gerade unterwegs, einen Menschen umzubringen. Kannst du das? Martin, kannst du das? Ich habe keine Wahl. Ich auch nicht. Aber ich kann das nicht durchziehen. Wir haben eine Bank überfallen. Wir haben den Transporter abgenommen. Aber ich kann niemanden umbringen. Tut mir leid. Ich kann nicht. Untertitelung. BR 2018 Du wirst also aussagen, wenn du wirst, was du damit alles zerstörst und für was für eine Wahl du mich stellst. Ist was passiert? Liebst du mich? Du hast nämlich einen anderen geheiratet. Einen anderen? Ja. Einen anderen. Wir haben uns hier unser Nest gebaut. Es waren deine Worte. Mit den Kindern im Haus. Zugegeben, es ist vielleicht etwas Kleines. Nein, nein, das ist es nicht. Ich bin ja sehr glücklich mit dir. Ich bin ein Verbrecher. Vor zwölf Jahren in der Bank überfallen, die gesagt hat, ich hätte gehabt. Jetzt werde ich dafür ins Empfängnis gehen. Martin. Was immer du gemacht hast, ich... Ich bin ja sehr glücklich mit dir. Tim? Was machst du hier? Ich wollte bei der Befragung dabei sein. Ich wollte bei der Befragung dabei sein. Weiß Lona das? Du willst doch nicht einfach nur bei der Befragung dabei sein. Ach, so ist es. Und du? Was willst du wieder? Vorgestern. Da wolltest du keine Routinefahrt machen, weißt du noch? Du wusstest von dem Überfall auf den Transporter. Und der Fluchtwagen vor zwölf Jahren, der wurde von einem guten Fahrer gesteuert. Und du bist auch ein guter Fahrer. Das Geld vom Banküberfall damals. Es war für deine Frau, die du geliebt hast. Lonas Mutter, die sich dann von dir getrennt hat. So ist es nun mal im Leben, Tim. Aber dann kam Lohmann und hat euch alle unter Druck gesetzt. Aber ihr konntet ihm seinen Anteil nicht auszahlen. Darum der Transportüberfall. Aber die 75.000 haben ihm natürlich nicht gereicht. Er wollte seine elf Jahre voll ausgezahlt bekommen. Und da hast du die Geduld verloren. Und du hast ihn ausgeschaltet, richtig? Schöne Theorie. So viele Theorien, die denkbar wären. So viele Leute, die von ihr weg wollen. Und die die 75.000 gut gebrauchen könnten. Was macht denn Rebecca da unten? Wartet sie auf dich? Lass Rebecca da raus. Rebecca. Sie hat schon mal so auf dich gewartet, weißt du noch? Das war damals, als dein Vater dich so zugerichtet hat. Und du hier im Krankenhaus behandelt wurdest. Aber es waren nicht die Ärzte im Krankenhaus, die die Sache damals zur Anzeige gebracht haben. Sondern Rebecca. Sie war es, die damit zu mir kamen. Das hat euren Vater damals wirklich fertig gemacht. Zu sehen, dass ihr mehr füreinander empfindet, als das für Geschwister üblich ist. Viel mehr. Der Moment, in dem ihr euch beide überrascht hat. Und ausgerastet. Das ist Schlötze. Und seitdem habt ihr ihn gehasst, euren Vater. Eine Liebe, die nichts sein durfte. Und gleichzeitig eine Zuneigung, die ihr beide nicht unterdrücken konntet. Solange euer Vater also etwas in der Familie zu sagen hatte, oder Rebecca minderjährig war, fand ich daran zu denken, dass es für euch eine gemeinsame Zukunft geben könnte. Dann kam Lohmann. Hat euren Vater und Jochen Hofmann unter Druck gesetzt. Und dich? Und mich. Ja. Du hast alles rausgefunden. Dieselben Schritte, die Lohna unternommen hat. Bloß warst du schneller. Kompliment. Du hast Lohmann abgepasst, nachdem dein Vater und Jochen Hofmann ihm das Geld übergeben hatten. 75.000. Ein gutes Startgeld für ein junges Paar. Ist doch Quatsch. Quatsch? Ja, kann schon sein, wer weiß. Aber je länger ich meinen Gedanken folge, desto klarer zeigt sich alles. Du konntest dir sicher sein, dass der Verdacht auf Jochen Hofmann und deinen Vater fallen würde. Deshalb hast du auch in Lohmanns Haus eingebrochen, um die Fährte auf die beiden zu legen. Die Sera hatte nur einen Haken. Lohmann ist nicht ums Leben gekommen. Man kann jetzt den Täter identifizieren, sobald er wieder zu sich gekommen ist. Was sagst du zu dieser Theorie? Sie ist gar keine. Hab ich recht. Tim, ich verhafte dich wegen des Tatverdachts des versuchten Mordes. Geh zur Seite. Ich kenn dich, Tim. Ich kenn dich von klein auf. Du bist kein eiskalter Mörder. Du hast Lohmann nicht einfach ans Gesicht geschossen. Da lief was aus dem Ruder, richtig? Er hat mich gepackt. Und geh zur Seite. Und jetzt willst du mich umbringen, Tim. Kannst du das wirklich? Willst du deine Zukunft mit Rebecca auf zwei Toten aufbauen? Glaubst du, dass das gut geht? Geh zur Seite. Und gib mir deine Pistole. Waffe fallen lassen, Tim. Nein, du lässt die Häufe fallen. Tu es nicht. Ich schwöre, ich schieße. Leg die Waffe auf den Boden. Klaus Lohmann ist seit zwei Stunden tot. Er ist nur noch mit dem Beatmungsgerät verbunden. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Ich bin nicht weg. Ich habe die Waffe auf den Boden gestern. Zu Hause lassen, nicht weg. Wenn ich in der Reste stehe und eingegangen, Was wirst du jetzt machen? Ich werde erst mal nach Hause fahren. Und du? Ich gehe meinen Schreibtisch ausräumen und dann werde ich auf mein Verfahren warten. Weil du damals das Fluchtfahrzeug gesteuert hast. Jetzt warte doch ab, ob die überhaupt Aussagen. Ich stelle mich in jedem Fall. Darf ich dich um was bitten, Papa? Was denn? Dass du mich in die Arme nimmst. Was denn? Nascut? Amen.